Der FC Bayern hat den Finaleinzug in der Champions League bei Real Madrid nur denkbar knapp verpasst und auf das taktische Duell zwischen Tuchel und Angelotti blicken wir jetzt mal genauer. Grundsätzlich sehen wir hier, haben beide Mannschaften aus einem 4-4-2 heraus agiert, dennoch haben sich bestimmte Herangehensweisen mit und ohne Ball natürlich unterschieden und da fangen wir jetzt mal damit an, was Real Madrid im Ballbesitz gemacht hat. Wie schon im Hinspiel, schaut auch gerne nochmal die Analyse an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Hat sich Toni Kroos öfters fallen lassen, mal zwischen die Innenverteidiger, aber meistens eben halb links und dann eine Art Dreieraufbau gebildet, um zu verhindern, dass Kroos das Spiel wie im Hinspiel von hinten heraus aufziehen konnte, hat Tuchel seinen rechten Flügel Sané auf ihn angesetzt. Wobei das Spiel von hinten heraus aufzuziehen vielleicht die falsche Bezeichnung ist, denn die Bayern haben kaum hoch gepresst, im Hinspiel schon wenig und heute noch weniger, man stand meistens direkt im Mittelfeldpressing in einem kompakten 4-4-2-Block, allerdings war das heute etwas unterschiedlich, eben aufgrund dessen, was Sané machen musste. Er war dann häufig nicht auf derselben Höhe wie Gnabry auf der anderen Seite, einfach weil er Druck auf Kroos ausüben musste, so gut es ging zumindest. Und das hat tatsächlich auch relativ gut funktioniert. Kroos hatte zwar immer wieder gute Seitenwechsel auf die rechte Seite, aber er hatte jetzt nicht wie im Hinspiel sonderlich viele Pässe durchs Zentrum nach vorne, die extrem progressiv sind und insofern hat diese Zustellung schon relativ gut funktioniert. Allerdings konnten sie diese Umstellung dann auf andere Art und Weise für sich ausnutzen. Hier sehen wir wieder eine Szene, Groß ist weiß markiert. Sané schiebt aus seiner Positionierung im 4-4-2 etwas vor und öffnet damit den Raum auf Außen für Außenverteidiger Mondi von Real. Und dann konnte der eben häufig außen angespielt werden. Natürlich ist der Mitball keine Gefahr wie ein Toni Kroos, dennoch hat Real das häufig ausgenutzt. Man muss bei Real auch anmerken, dass jeweils die Außenverteidiger die Breite besetzt haben und sonst eigentlich keiner, also die anderen vier Offensivspieler, sag ich jetzt mal, waren eher im Zentrum, haben die Außenverteidiger dann aber situativ unterstützt und die Seiten jeweils überladen. Häufig war das über links der Fall, einfach aufgrund der Sané Positionierung, dass dann Mondi außen frei war und dann von den anderen Mitspielern unterstützt wurde, viele Passoptionen bekam, die es dann auf dieser Seite auflösen konnten, sehen wir hier ganz gut. Viele Realspiele auf der linken Seite, rechts hat man eigentlich nur Valverde und vor allem Außen Kameral, der dann auch so ein bisschen isoliert wird. Hier haben wir eine Szene mit Mondi, der spielt dann innen auf Bellingham, während Außen Rodrigo Kimmich bindet. So hast du auch eine gute dynamische Situation im Halbraum kreiert. Aber auch hier noch eine Szene, die linke Seite klar überladen. Man muss sagen, sie sind trotzdem nicht in Überzahl, weil es Bayern halt extrem kompakt verteidigt hat und da jeweils auch mitgeschoben hat. Aber diese Spieler sind auf engem Raum einfach so gut, so kombinationsstark. Wir haben hier Rodrigo auf Bellingham, auf Vini Junior und der verlagert das Spiel dann auf Kavaral rechts raus. Der bringt eine gefährliche Flanke, die dann zwar keinen Abnehmer findet, aber das Muster ist auf jeden Fall klar. Und auch während der Flanke hier sehen wir am zweiten Pfosten eine klare Überzahl von Real dann. Und so kam man dann über das gezielte Überladen der Außen zu seinen Chancen. Meistens wie gesagt über links, aber es hat auch mal über rechts funktioniert, so wie hier. Klar ist nicht optimal verteidigt, Masraui macht die Beine auf. Und dann gibt es die riesen Doppelchance von Vini und von Rodrigo, die Neuer jeweils entschärfen kann. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Bayern hat überhaupt nicht gepresst. Das sieht man auch hier im Rückspiel keine hohen Ballgewinne, während Real die Intensität im Vergleich zum Hinspiel schon richtig erhöht hat. Da hat man die Bayern jetzt wirklich über große Teile des Spiels schon hoch zugestellt und alle Passoptionen weggenommen, beziehungsweise eine offengelassen. Denn wir kommen jetzt zum Pressing von Real und zwar sah das meistens folgendermaßen aus. Man hat sich da so ein bisschen was bei Arsenal abgeschaut. Die haben es ja auch so gemacht, dass sie den rechten Innenverteidiger De Lucht zugestellt haben und den linken mit Daya, der da auch mit seinem falschen Fuß agieren muss, also erst rechts Fuß, aber spielt links, meistens offen gelassen haben. Ansonsten haben sie es eigentlich Mann gegen Mann zugestellt über das komplette Feld. Ist ja auch gut aufgegangen, da beide 4-4-2 gespielt haben. Allerdings halt wie gesagt, Vini Junior an De Lucht direkt zugestellt, dass der den Pass eigentlich überhaupt nicht bekommen kann, während Rodrigo etwas tiefer gestartet ist, um den Pass auf Daya zu erlauben und dann sind sie ihn halt angelaufen. Alle anderen waren dann zugestellt und so hatte er eigentlich nur kaum Passoptionen und so musste er dann viele Bälle langschlagen. Gegen Arsenal hat man es ja meistens noch gut aufgelöst bekommen mit einem guten Matchplan auf der Seite auf engem Raum mit Musiala, Guerrero und Masraoui. Aber in dem Spiel hat es Real echt gut zugestellt, muss man auch mal loben. Im Pressing liegt ja eigentlich nicht unbedingt ihre größte Stärke, aber das haben sie echt gut gemacht. Somit konnten sie auch ihren PPDA-Wert senken, also wie viele Pässe sie den Bayern erlauben, bis eine Defensivaktion kommt oder sie den Ball zurückerobern. Genau das hat oft geklappt, sie haben öfters den Ball gewonnen, nicht in allzu gefährlichen Situationen. Aber im Grunde hat das Pressing auch vor allem dazu gedient, den Ball einfach sicher zurückzubekommen. Dementsprechend ist der Ballbesitzanteil im Vergleich zum Hinspiel auch klar gestiegen. Und so konnten sie auch eher Chancen generieren. Allerdings bringt dieses Anlaufen natürlich auch ein gewisses Risiko mit sich, das die Bayern auch versucht haben auszunutzen. Wir sehen zum Beispiel hier im Pressing noch Musiala, der entgegenkommt und versucht sich in den Zwischenräumen freizulaufen, um dann mit dem Ball aufzudrehen, falls er den Pass erhält. Allerdings sehen wir auch Rüdiger, der ihn schon extrem intensiv verfolgt und auch hier in dem Beispiel wird das nochmal deutlich. Da sehen wir die Bayernordnung im Ballbesitz. Wir haben zwei breite Flügel, links Gnabry, rechts Sané, dann eben vorne drin Kane und Musiala. Einen 4-2 Aufbau, allerdings halt eben alle zugestellt und Musiala, der sich so ein bisschen lösen will, aber von Rüdiger verfolgt wird. Und auch hier wird das Ganze deutlich, da ist es eigentlich ein guter Pass. Musiala bietet sich perfekt an im Zentrum, dreht dann auch gut auf, aber Rüdiger ist so eng dran und gewinnt dann den Ball zurück. Und genau so hat Real die Bayern limitiert in ihrem gesicherten Ballbesitz, dass sie sich da eigentlich kaum was rausspielen konnten. Eine Szene gab es, da hat es mal gut geklappt. Da spielt Pavlovich auf den eingerückten Kimmich, der leitet direkt weiter auf Musiala, der hier frei ist. Der spielt raus auf Gnabry, der dann außen durch ist. Dann gibt es halb Schutz, halb Hereingabe, nicht so ein Beidem so wirklich, die Chance ist vertan. Aber da war mal in Ansätzen zu sehen, zu was die Bayern imstande sind aus dem gesicherten Ballbesitz heraus. Auch hier nochmal eine Szene, da ist es Musiala gelungen, den Gegner auszuspielen. Leimer hat dann ein bisschen Platz, aber dann kommt der Pass halt auf Kane zu ungenau, beziehungsweise zu stark. Und genau das hat sich auch so ein bisschen durchgezogen. Vor allem auch beim anderen Plan, wie die Bayern zu Chancen kamen. Denn das war nach Ballgewinnen schnell über die Flügel gefährlich zu werden, die Tiefe zu attackieren. Hier zum Beispiel ist es wieder Leimer. Ball kommt auch nicht ganz perfekt auf Sané, auch wenn der hier nicht die beste Ausgangslage hat. Aber hier nochmal eine andere Szene. Das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, denn bei Real, habe ich vorhin angesprochen, haben jeweils die Außenverteidiger die Breite besetzt und sind da auch relativ hoch aufgerückt. In dem Fall weiß markiert Linksverteidiger Mondi, ziemlich weit vorne. Dementsprechend ist Außen Platz für Bayern, den sie bespielen können. Kane spielt den Pass auf Sané, kommt halt leider auch zu ungenau und so verpufft dann die Sekunderschance. Aber es war schon ganz klar zu erkennen, dass sie so schnell umschalten und zu Torchancen kommen wollen. Auch hier, das war noch eine andere Chance, unmittelbar vor dem 1 zu 0. Da spielt Musiala außen Davies frei, im Rücken von Cavaral, der auch ein bisschen zu weit aufgerückt war noch. Davies ist durch, spielt dann zurück auf Musiala, der geht ins Dribbling und hat einen guten Abschluss, den Lunin parieren kann. Und wie gesagt, dann geht Bayern tatsächlich in Führung. Da ist es Kane, der sich wieder mal gut fallen lässt und dann einen seiner genialen Pässe spielt. In dem Fall kommt er mal an, ansonsten waren seine Pässe in dem Spiel halt leider ein bisschen zu ungenau. Ansonsten hätten die Bayern auch durchaus mal noch gefährlicher werden können, zu mehr Chancen kommen können. Aber gut, ist nicht passiert. In dem Fall ist Davies außen durch, zieht nach innen. So ein bisschen überrascht sind dann alle, dass er mit seinem rechten Fuß so einen guten Abschluss nimmt und das 1 zu 0 erzielt. Allerdings war diese Führung dem Spielverlauf nach schon ein bisschen schmeichelhaft. Ja, die Bayern hatten immer wieder Aktionen, auch die Musiala Chance kurz davor, wie gerade gesagt. Aber Real war wie gesagt spielbestimmend. Schon in der ersten Halbzeit hatten sie extrem gute Chancen, müssen eigentlich in Führung gehen. Und vor allem vor dem Führungstreffer von Bayern waren sie dank einer entscheidenden Umstellung deutlich gefährlicher. Da hatten sie viele Aktionen und dazu kommen wir jetzt. Denn Ancelotti hat zur Halbzeit insofern umgestellt, dass im Ballbesitz Vinicius Junior immer den Flügel auf der linken Seite besetzt hat. Das sehen wir hier ganz gut. Mondi ist eher etwas innen, spielt dann auf Vinicius Junior und der war dann immer isoliert in ein 1 gegen 1 gegen Kimmich. Und den hat er wirklich mehrfach alt aussehen lassen, immer wieder stehen lassen, ist dann reingezogen ins Zentrum. Entweder links vorbei oder rechts vorbei, war da echt unausrechenbar und ist immer wieder vorbeigekommen. Auch hier nochmal wieder Mondi auf Vinicius Junior, also das war dann ein klares Muster. Und ich meine man hat es ja dann auch gesehen, hier zieht er rein, bedient Rodrigo, der knapp am Tor vorbeischießt. Hier wird er wieder freigespielt gegen Kimmich, zieht rein, zieht dann allen vorbei, nimmt sich den Abschluss, den Neuer dann stark pariert. Also da wurde man schon sehr gefährlich und hat ganz klar auf den Treffer gedrückt. Tuchel hingegen hat dann mit einem auf dem Papier eher defensiven Wechsel reagiert. Und zwar hat er Kimm für Sané reingebracht, also Innenverteidiger für Flügelspieler. Und dann hatte ich schon die Befürchtung, dass er wie Dortmund auf eine Fünferkette umstellt, die ja da so ein bisschen den Zugriff gegen PSG verloren haben und dann viele Chancen über sich ergehen lassen mussten. Bayern hingegen hat die Struktur beibehalten. 4 für 2 gegen den Ball, Kimm als Linksverteidiger, Davies als Linksaußen, Rechtsaußen dann Masraoui. Und das hat echt gut funktioniert, muss ich sagen. So hat man die Außen deutlich besser in den Griff bekommen. Hier hast du eben auf der linken Seite Kim und Davies, die dagegen die Realspieler verteidigen. Können da immer doppeln und generell hast du zwei defensivsteige Spieler auf der Seite. Aber auch auf der anderen Seite sehen wir es hier, Kimmich und Masraoui davor. Da wird dann Vini Junior angespielt. Kimmich bleibt an ihm dran, Masraoui bleibt an Mondi dran. So wird es auch kurzzeitig zu einer Fünferkette. Aber im Grunde hat man weiter gut aus dem 4 für 2 gegen den Ball heraus agiert. Real musste dann natürlich weiter die Initiative ergreifen und drücken, da sie jetzt eben im Rückstand waren. Sie haben davor schon gut gedrückt, jetzt natürlich noch umso mehr. Und da gab es diese Chance. Guter Ball von Rüdiger, Vini Junior haut den drüber. Und in dem Moment dachte ich echt, okay, heute soll es nicht sein. Es wird die Neuauflage des deutschen Finals geben und Real kann da machen, was sie wollen. Allerdings lag ich dann im Nachhinein natürlich falsch, denn Real macht dann Real Dinge. Sie kommen weiter zu Chancen. Hier haben sie wieder Vini Junior links frei bekommen. Bellingham spielt ihn an. Deshalb macht Masraoui so ein bisschen Druck auf Bellingham. Ist dann aber zu weit weg von Kimmich, um ihm zu helfen. Vini Junior wird dann auch noch hinterlaufen von Mondi. Deshalb kann Kimmich ihn nicht angreifen, weil er zwei Gegenspieler hat. Masraoui kommt zu spät zur Hilfe. Und deshalb kann Vinicius sich den Schuss nehmen. Eigentlich ist er auch nicht gefährlich, aber dann passiert halt der Fehler von Neuer. Rossellou läuft durch. Auch eine gute Einwechslung als Zielspieler, wenn man hinten liegt für Real. Und steht dann halt eben da, wo er sein muss und macht den Ausgleich für Real. Also eigentlich waren diese Wechsel von Tuchel echt gut. Aber in dem Fall war Masraoui dann zu weit weg, um den Gegenspieler zu doppeln. Und deshalb fällt auch dieses Tor, auch wenn es extrem unglücklich ist. Und natürlich passiert dann, was bei Real passieren muss, wenn sie so ein spätes Tor machen und noch Zeit ist. Bayern ist dann auch ein bisschen unsortiert, unkonzentriert. Hier zum Beispiel nach einer Ecke. Allein, dass da zwei Spieler außen so frei sind, sollte nicht unbedingt passieren. Pavlovic rückt dann zu spät raus. Deshalb ist Rüdiger nicht im Abseits. Der bringt ihn in die Mitte. Keiner ist bei Rossellou und er macht das 2 zu 1. Und dann kommt natürlich die kontroverse Szene. Hier ist es ein langer Ball, ich glaube von Pavlovic. Kein Abseits von Masraoui. Müller legt quer auf das Licht. Und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Ich persönlich finde, die Real-Verteidiger scheinen den Eindruck zu machen, weiter zu spielen. Also weiß ich nicht, wenn der Pfiff nicht gekommen wäre, ob er nicht auch zum Abschluss kommt. Lunin hingegen im Tor reagiert nicht. Weiß ich nicht, ob er den gehalten hätte. Kann man jetzt am Ende viel darüber diskutieren. Ich persönlich finde halt, selbst wenn es das Tor gibt, glaube ich kaum, dass Bayern die Verlängerung übersteht. Weil Real war halt schon über das ganze Spiel deutlich besser. Und Bayern hatte dann auch arge Verletzungsprobleme. Kane konnte nicht mehr spielen. Musiala, Sané, Gnabry war schon draußen. Auch Pavlovic war angeschlagen. Deshalb wäre es definitiv schwierig geworden. Ich war halt vor allem deswegen sauer, dass wir um diese Verlängerung gebracht werden als Zuschauer. Ich war zwar auch für Bayern, aber ich hatte jetzt nicht die krasse Überzeugung, dass sie es in der Verlängerung noch geholt hätten. Wollte aber als Zuschauer unbedingt eine Verlängerung sehen. Deshalb ärgerlich am Ende und extrem unglücklich. Der Matchplan von Tuchel ist schon aufgegangen. Er hat auch immer wieder gut reagiert. Auch Angelotti hat gut reagiert mit Vinny Junior auf der linken Seite. Also wirklich auf taktischem Level war das mit das Höchste, was der Fußball zu bieten hat. Und am Ende scheitert Bayern aufgrund zweier Fehler. Erst von Neuer, dann vom Schiedsrichter. Und aufgrund der Verletzungen, beziehungsweise generell der Kadersituation. Du hast einfach nicht die Kaderbreite, wie es andere Mannschaften haben. Und wenn dann die Offensive ausfällt, dann macht sich das halt schon bemerkbar. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass leistungstechnisch Tuchel wirklich das Maximum herausgeholt hat. Man muss aber auch sagen, wenn man das Spiel nüchtern betrachtet, ist Real absolut der verdiente Sieger. Sie haben sich deutlich mehr herausgespielt, waren die deutlich proaktivere Mannschaft mit und ohne Ball. Und mit der einzige Grund, warum sie nicht früher und höher in Führung gehen, ist Manuel Neuer. Ist natürlich am Ende auch der Grund, dass sie ausgleichen. Aber er hat dennoch bis dahin ein wirklich sehr starkes Spiel gemacht. Das soweit mal meine Taktikanalyse. Und hinten raus auch meine Einschätzung zum Bayern aus in der Champions League. Lasst mir gerne eure Meinung zu sämtlichen Themen in den Kommentaren da. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.